bei der runde magikide zusammen mit gamer seit ewigkeit mal wieder spielen bei uns ewigkeit näher bei euch nicht weil ich hab noch richtig viele folgen von früher und jetzt wollte ich einfach oft zu sprechen kommen dass ja momentan bei fungames bei der kommt die wird auch die welt ist vorbei zwölf folgen mehr hatten wir nicht jetzt wird die folge ausgeschaltet kommt gerade nur die welt sind nur mädchen und war nicht mehr stein und das ist abbauen ich wollte vergessen und da wollte ich einfach mal sagen was denn gerade was ich jetzt mal wieder eins ist wir haben nämlich gerade als ich bin ich wieder sobald ich später weil das ein schleim das ok lief einiges sehen auf jeden fall kann sein dass jetzt sogar vielleicht noch ein spiel kam da bin ich noch nicht sicher ob ich jetzt machen möchte ich habe auch ja ich meine und da wollte ja schon zu zweitens kommt das war ich auch schon überlegt ob ich habe jetzt nicht aber ich hab's ja nicht gekauft ich hab's dir gar nicht aber jetzt bei dem neuen update habe ich schon überlegt ob ich das wie ich habe immer noch schneller gezeigt so sagen ich habe auch schon ein paar videos davon sehen auf jeden fall ich hätte jetzt schon überlegt ob ich das irgendwie aufnehmen und hochladen will aber ich könnte es halt nur in der freien rubrik fungames bringen aber in fungames möchte ich eigentlich nur projekte spiele die spaß macht nur projekte bringen die runden basiert sind und nicht auf story oder halt auch wenn man nicht eine eigene playlist von der area das ist darum wollte ich jetzt davon war der erst mal erst mal warum ich es nicht in fungames bringen und zwar in fungames sind halt projekte da kann man einfach mal irgendwas reinschauen das ist scheißegal muss man die folge davor nicht gesehen haben so außer natürlich in irgendeine runde ist zwei folgen geteilt aber aber terraria eben schon genau von terraria muss man auch nicht aber trotzdem ist besser wenn man die folge gesehen hat deswegen würde ich dich gerne in fungames bringen warum ich dich als eigene playlist mache das ganz einfach weil ich zu viele projekte auf meinem kanal habe deswegen habe ich auch von james eingeführt wo ich andere oder viele projekte bringen kann aber trotzdem rundenbasierte sachen ist die ganze idee dass ich äh terraria vielleicht streamen möchte ich wollte ja allgemein mehr streamen ja wenn du mehr streamst dann wirst du zwitschpartner übrigens ja und ich hatte halt vor das vielleicht zu streamen mal gucken irgendwann aber wahrscheinlich erst nach anrufen nehmen der urlaub ist bei euch jetzt aber schon vorbei deswegen wird bei euch schon in wo wieder hochgeladen sein das war nicht terraria streamen kann aber momentan bin ich jetzt bei dem urlaub hier auch so viel vor produziert obwohl die schmerzen so haben ja kann sagen ja deswegen aber solltet ihr nicht wirklich gemerkt haben wir haben jetzt bei uns richtig lange nicht mehr menschweil jetzt mal hier kaufen vielleicht warte fünf fehlen mir ich verkauf kurz was bei uns kam halt wie gesagt wir haben ziemlich lange nicht mehr menschweil gespielt ja das jetzt mit dem kreis war kurz was wird zum braten aufstellen ich habe ich auch in vielen fall geht es mir leider nicht mehr gespielt hat eigentlich nur magicite und worms kommt aber es ist ja jetzt wenig abwechselnd momentan aber ich glaube immer ich habe bald noch irgendein neues dazu kommt halt immer ab und zu wenn ich irgendwo irgendwo in der grünen gespielt wo wir gerade bock drauf haben ja und die später das Eisenerz könnt ihr nicht kaufen ich habe mir gerade den Heifang gekauft ich habe mir fehlen ganz wenig nicht töten nicht töten ich habe genug jetzt kann sie töten ja 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 so habe ich jetzt alles gesagt was ich sagen wollte ich hoffe schon und ich hoffe ihr seid jetzt erst mal informiert das war jetzt eher so eine infovideos ein Eisenschwert für mich ein Eisenschwert für mich immer ich habe damals mitbekommen dass du gesagt hast dass du erst wieder Wiespielen bringst wenn dir so ein Spiel Wiespielen gefällt wie das so richtig zu Let's Play Richtig und zur Zeit gefällt dir ganz äh momentan ist erstens immer noch wie gesagt für alles meine Projekte ist so richtig voll und außerdem äh es ist halt so Minecraft und TTT belegen halt das meiste bei dir und Minecraft und TTT sind halt wie äh Projekte die momentan mir noch irre viel Spaß machen und deswegen auch weiter gehen werden es wäre halt ähm gut äh dann würdest du einen feinen Platz wieder bekommen zum hochladen ähm wenn TTT und Minecraft abwechseln kommen würden mach ich nicht auf keinen Fall äh das sind für mich Projekte die kommen jeden Tag weil davon habe ich auch irre viel und wenn ich die nur äh ich habe ja früher mal Projekte äh zwischendurch gehabt die kann man mal abwechseln aber irgendwann habe ich das dann auch täglich gemacht weil irgendwann hatte ich da keine 50 Folgen voraus und meine ich habe jetzt immer noch 100 Folgen voraus wenn ich es alle zwei Tage bringe ist das zu viel ich hab gerade auswesend den roten Skin ausgewählt scheiße ich hab gerade auswesend den roten Skin ausgewählt äh ich hab gerade auswesend den roten Skin ausgewählt äh hier ich muss auch ein nehmen ich bin so dumm ey das ist ja gar nicht oh ice high ähm deswegen kann ich jetzt momentan äh Reprojekte nicht bringen aber momentan muss ich auch sagen ich hab noch ein Wii-Spiel das werde ich auf jeden Fall irgendwann auf jeden Fall bringen das wird es dann vielleicht auch noch ein letztes Wii-Spiel da bin ich gespannt was das ist während des das kennen wenige aber ich das ist das Wii-Spiel mit dem ich am meisten Spaß habe das ist einfach das allercoolste Wii-Spiel was ich jemals gespielt habe ist einfach so äh das hat keiner die Postbiet ne aber äh deswegen irgendwann kommt das vielleicht als letztes ne Boss aber momentan habe ich auch ehrlich gesagt nicht so viel Bock auf die Art das zu spielen also wie es nur ah der Wotgerchen nein äh ich hab einen habe hier ja ich bin tot ähm ich hab auch gar nicht so viel Lust auf die Art wie man das jetzt playt bedeutet mit dem Control also mit der Wii-Ferminion in der Hand ok 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 bedeutet das diskutieren wir in der nächsten Folge weiter Leute verpasst auf keinen Fall wir werden jetzt ja ich hab Mut gekriegt nächste Folge diskutieren wir weiter über das Thema Witz und Beiner Klassung loswerden da und tschüss Ah, da können wir ein bisschen über Themen reden. Sieben Minuten, yes!